In unserem heutigen Video geht es um einen besonderen Fall aus Berlin, über den jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden musste. Ein 15-Jähriger fühlte sich, als sei er Joker. Das ist der Psychopathen-Clown aus Batman. Er wollte immer mal wissen, wie es ist, jemanden zu töten und tötete eine 14-Jährige, die ihn angehimmelt hat. Daraufhin wurde der 15-Jährige zu neun Jahren Haft verurteilt. Und jetzt wollte er sich allerdings nicht zufrieden geben mit dieser Strafe, hat sich gewehrt bis zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat über diesen erschreckenden Fall aus Berlin entschieden. Und was das Urteil besagt, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und direkt zu Beginn der Aufruf, falls ihr dieses Kanal mögt, lasst gern ein Abo da. Wenn ich über Joker rede, dann kommt mir vor allen Dingen in den Sinn, dass auf YouTube überall gerade diese Joker-Trailer zu sehen sind. Der Blockbuster soll am 10. Oktober in die Kinos kommen. Es geht um die düstere Original-Story zu Batmans Erzrivalen Joker, der zu Unrecht von der Gesellschaft abgestoßen worden ist. Es gibt sicherlich kaum einen größeren Comic-Bösewicht als Joker. Es ist ein genialer wie auch wahnsinniger Erzrivale und er stellt die Schattenseite der Superhelden dar. Es geht um Gotham City in den 80er Jahren. Ein Joker war als ein Comedian, der Erfolg bliebt aus. Und dann über dunkle Abgründe wird er zum Irrenclown begegnen, Batman, und wird Batmans Gegenspieler. Das wird im Film sehr düster erzählt und scheint einen 15-Jährigen so tief beeindruckt zu haben, dass er darüber hinaus zum Joker und nachher noch zum Mörder wurde. Und dieser Mord ereignete sich schon vor einiger Zeit, denn das Landgericht Berlin hat schon über den Fall geurteilt und hat den 15-Jährigen auch zu neun Jahren Haft verurteilt. Das ist fast das Maximum, was geht. Im Jugendstrafrecht waren zehn Jahre das Maximum. Die Richterin hat am Landgericht Berlin hier ein wenig vom Maximum Abstand genommen. Warum, sage ich euch gleich. Ja, als die Mutter der getöteten Kira, der 14-Jährige, nach Hause kam, sah sie ihre leblose Tochter auf dem Sofa liegen, geknebelt, mit einem Schal und Blut überströmt. Die Mutter hat dann sofort mit Reanimationsversuchen begonnen. Der Notarzt hat es auch noch 90 Minuten versucht, aber es war vergeblich. Die Schülerin, die starb, waren an 23 Messerstichen. Und nachher wurde im Prozess festgestellt, drei von diesen Messerstichen waren tödlich. Relativ schnell ermittelt die Mordkommission einen 15-Jährigen, der im Osten Berlins auf die gleiche Schule wie Kira gegangen war. Sie war in der achten Klasse, er war in der neunten Klasse. An dem Tag, an dem Kira zu Tode kam, hatten sich die beiden zu gemeinsamen Hausaufgaben verabredet. Sie hatte sich in den Jungen verliebt und hatte auch ein Foto von ihm an der Wand hingen. Der Junge hatte ein Küchenmesser dabei und Gummihandschuhe mitgebracht. Die Richterin selbst, die den Jungen verurteilt hat, hat es ein Jahr unter der Höchststrafe geblieben, weil er bislang unbestraft war und ein Teilgeständnis abgelegt hat. Beim Prozess selbst war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der wahre Name des Jungen war nicht zu lesen auf dem Aushang. Und er hat allerdings ausgesagt. Und nachher kam seitens des Pressesprechers und des Gerichts dann etwas dazu, warum der Richter zu diesem Spruch gekommen ist. Also der Junge hat erst mal gesagt, er habe Kira nicht getötet, weil er das wollte, sondern weil sie es von ihm verlangt habe. Das haben die Richter ihm aber nicht geglaubt. Sie haben gesagt, das ist eine reine Schutzbeschauptung. Kein einziger Zeuge konnte bestätigen, dass das Mädchen sich nach dem Tod gesehnt habe. Vielmehr war es so, dass der Junge selbst gegenüber Freunden schon immer davon gesprochen hatte, er sei Joker, er sei Mitglied eines Joker-Clans. Er wolle bald Menschen töten. Und er hat sich schon sehr lange mit der Tötung eines Menschen beschäftigt. Hier war es so, dass er getötet hat, weil er einfach mal sehen wollte, ob er das aushält, einen Menschen zu töten. Und insofern kamen die Richter am Landgericht Berlin zu dem Ergebnis, dass wir hier nicht nur einen Totschlag haben, sondern einen Mord. Was unterscheidet den Totschlag vom Mord? Beim Mord, der bei Erwachsenen mit lebenslanger Freiheitsstrafe sanktioniert ist, müssen noch besondere Mordmerkmale hinzukommen. Und hier kommt ein Mordmerkmal hinzu, was relativ selten ist bei einem Mord, nämlich Mordlust. Und auf diese Mordlust, wann die verwirklich ist und welche Täter überhaupt aus Mordlust töten, darauf will ich näher eingehen. Im Paragraf 211 Absatz 2 sagt, Mörder ist wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonstigen niedrigen Beweggründen einen Menschen tötet. Da kommt noch ein bisschen was mehr, aber das ist sozusagen das Wichtige. Das sind diese Mordmerkmale. Und Mordlust, das hat der Bundesgerichtshof mal definiert, liegt dann vor, wenn der Täter einzig um den Tod des Opfers willen. Also er will einfach nur eine andere Person sterben sehen, zum Beispiel um mit der Tat anzugeben, oder weil ihn die Tötung anmacht, weil die Tötung ihn nervlich stimuliert. Früher hat man gesagt, aus unnatürlicher Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens. Später hat das der Bundesgerichtshof präzisiert und gesagt, dass bei der Tötung aus Mordlust der Tod des Opfers als solcher der einzige Zweck der Tat sein muss. Und das Opfer muss beliebig austauschbar sein. Es geht um die reine Freude an der Vernichtung des Lebens oder aber aus Neugierde Sterbende zu sehen. Auch wer aus Langeweile oder Nervenkitzel tötet, der würde aus Mordlust töten. Also es ist so wichtig, weil man eben dann als Erwachsener in die lebenslange Freiheitsstrafe kommt, beziehungsweise als Jugendlicher in die maximal 10-jährige Freiheitsstrafe. Warum kommt das so selten vor? Weil diejenigen, die aus Mordlust töten, aus reiner Lust am Tod eines anderen Menschen, den zu sehen, meistens schuldunfähig sind oder oft schuldunfähig sind, weil sie psychisch krank sind. Und dann hat man § 20, da geht es um Schuldunfähigkeit und seelische Störungen oder § 21 Strafgesetzbuch, da geht es um die verminderte Schuldfähigkeit. Das war hier aber nicht der Fall, weil wenn jemand voll zurechnungsfähig ist und nur aus Langeweile tötet und auch keine weiteren psychischen Schäden nachgewiesen werden können, dann haben wir wirklich dieses seltene Mordmerkmal Tötung aus Mordlust. Und im Münchner Kommentar, im großen Strafrechtskommentar heißt es dazu, die Irrationalität und Grundlosigkeit von Tötungen aus Mordlust rechtfertigen die Verhängung der Höchststrafe. Im Fall selbst hatte der Teenager, der hier den Mord begangen hat, Joker-Spielkarten um den Hals sich gehängt, seine Haare grün gefärbt wie sein Idol und so glatt zurückgelegt und seinen Mitschülern schon vorher offenbart, er werde jemanden im Hals stechen, er werde Menschenfleisch probieren und Gebäude anzünden. Das haben die allerdings nicht ernst genommen. Die ging davon aus, der redet nur Quatsch. Als es dann zur Urteilsverkündung kam, hat der Mörder völlig teilnahmslos gewirkt. Das hat die Mutter ganz besonders geschockt, die Mutter des verstorbenen Mädchens. Und sie sagte dann, naja, die neun Jahre sind ja fast das Maximum, was geht, aber Genugtuung kann es nicht geben. Niemand und nichts kann mir meine Tochter zurückgeben. Jetzt ganz aktuell, am 13. August 2019, musste sich der Bundesgerichtshof nochmal mit dem Fall befassen, der 5. Leipziger Strafsenat. Der hat sich den Fall nochmal anschauen müssen, weil er 15-jährige Revision eingereicht hat. Er hat hier Verfahrensfehler gerügt, mehrere Verfahrensrügen. Alle sind als unbegründet vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen worden und, und das ist das Interessante und Wichtige auch hier, die Annahme des Mordmerkmals, der Mordlust wurde vom Bundesgerichtshof als rechtsfehlerfrei angesehen. Also, krasser Fall hier aus Berlin. Ein 15-Jähriger, der einfach mal wissen wollte, was spüre ich, wenn ich jemanden töte, macht Hausaufgaben mit einer 14-Jährigen, hat ein Messer dabei und er sticht sie. Und vier Tage später ist er dann entsprechend geschnappt worden. Die Mutter selbst hätte, weiß ich nicht, ob sie ihn gerne lebenslang im Gefängnis gesehen hat, aber wir haben das Jugendstrafrecht nun mal. Das sind zehn Jahre das Maximum und, naja, sie sagt natürlich, klar, der Junge kann danach theoretisch weiterleben. Mit der Schuld muss er natürlich leben. Also, ein ganz aktueller Fall, der uns heute auf den Tisch gekommen ist. Ich wollte euch den nicht vorbehalten, auch mal um das, nochmal die Abgrenzung Mord und Totschlag euch näher zu bringen. Auch wenn ich den Fall sehr bedrückend finde, zum Glück ist sowas extrem selten in Deutschland, dass sowas passiert, auch dass jemand einfach nur aus Mordlust tötet. Manchmal kommt es vor, dann haben die Gerichte darüber zu befinden. Hier ging es bis zum Bundesgerichtshof raus. Falls ihr solche Rechtsvideos mögt, dann lasst gerne ein Abo da. Hier gibt es auf diesem Kanal morgen schon das nächste Video. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.